Und weiter geht's im Tartarier-Land. Schaut euch das an. Wahnsinn, oder? Bei den Säulen, da sieht man schon alles, dann die Grenze, die Spulen, ah, Grenze meine ich. Oh, oder? Eine Kuppel, was die wohl bedeutet, Verzierungen drinnen. Wahnsinn. Ruhe den Frieden. Oben haben wir den Mond sitzen, ganz oben, am Himmel. Na gut, wollte ich Ihnen zeigen. Tartarier ist überall. Alles Gute, Freunde. Kanal abonnieren. Dankeschön. voted Social. Jetzt kommt noch ein paar runen. Amin. hope,